So ihr, es ist mittlerweile schon sehr sehr spät heute geworden, an dem Tag an dem ich meine Luches wieder bekommen habe. Wir haben jetzt, ich weiß auch nicht, irgendwie kurz nach halb zwölf oder sowas, keine Ahnung. Ich bin jetzt eben erst von der Arbeit gekommen, aber ich will es mir natürlich dann trotzdem nicht nehmen lassen, die Luches auszupacken und euch daran teilhaben zu lassen. Auch wenn wahrscheinlich schon die meisten auf irgendeinem anderen Kanal gesehen haben, was da drin ist. Aber ist mir egal, weil mir macht das Spaß das Auspacken. So, also fangen wir an. Das hier ist die Luches Plus des Monats, was haben wir, März. Und es ist diesmal eine sehr sehr leichte Luches. Und ich sehe auch jetzt hier direkt schon beim ersten Teil, warum die so leicht ist. Weil hier irgendwas Super Mario mäßiges, was ist das, eine Decke? Ist 1 Meter mal 1,50 Meter, das kann ja eigentlich nur eine Decke sein. Weil sowas großes ist ja dann kein Schal, denke ich mal. Gucken wir mal. Oh, die ist voll flauschig. So flauschig. Das hier ist ein Fallschirm. Natürlich. Ich mache die Dinger immer erst mal Fallschirm auf. Es ist eine Decke, eine... Oh Gott, wir müssen weiter weg gehen, da passt gar nicht ins Bild rein. So, eine coole Vliesdecke. Oh mein Gott, die ist ja richtig cool. Wohin packe ich die denn? Ich glaube ins Auto. Das ist so eine richtig schöne Autodecke, weil die halt nicht zu groß ist. Die kommt ins Auto. So, was haben wir hier noch? Hier ist noch ein Ghostbuster Vinyl Sticker. Der ist ja... Naja... Oh, das sind mehrere Sticker. Das ist nicht nur der in der Mitte, sondern die ganzen kleinen Dinger hier außen rum. Also der Actual 1, der Slimer, das... Oder unten. Was ist das? Ich mache das... Dasselbe in kleinem. Hier das große Ding. Das sind alles einzelne Sticker. Also wir haben hier insgesamt also fünf Sticker. Ist cool. Ich weiß ja nicht wohin damit, aber ist ja vollkommen egal. Was haben wir hier? Passend zum... Wann kommt der Film raus? Ich glaube nächsten Monat. Batman vs. Superman. Ähm... Ein Spielkarten... Naja, Spiele halt. Mal gucken, was denn hier so viele Karten drin sind. Was ist das denn? Ist das sowas wie dieses Autoquartett halt nur mit... Mit Superhelden? Ah... Geh auf, du Kleine... Ah... Jemand krieg's auch mal auf. Und wenn ich's erstmal aufhabe... Ah, hier ist ein Anfang. Dann kann ich euch auch zeigen... Was denn hier so viele Karten sind. Und auch für ein Ding, mir selber zeigen, was denn hier so viele Karten drin sind. Ah ne, das ist hier so ein stinknormales... Äh... Das kann man gar nicht so gut sehen, gell? Ein stinknormales Kartenspiel. Mit... Verschiedenen Batman... Die sind super dunkel gehalten, die ganzen Nist-Dinger. Das ist sehr... Hier ist ein bisschen helleres. Ah, das ist ein stinknormales Kartenspiel. Mit... Symbolen. Mit Batman. Und mit Superman. Und... Noch einem sehr komisch aussehenden Superman. Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Das ist cool. Wenn ich mal jemand ein Kartenspiel richtig spielen kann. Abgesehen von Uno. Dann kannst du es auch mal benutzen. Was haben wir hier? Hier ist eine kleine, wohl Mini-Überraschungsbox in der großen Überraschungsbox. Und das scheint mir eine Art... Naja... Einer von vielen verschiedenen Anhängern zu sein. Was haben wir denn? Wir haben eins mit... Sonic. Das ist ein... Weiß ich nicht. Da kann man hinten noch... Kontakt... Kontaktdaten draufschreiben. Wenn man lustig ist. Boah. Das riecht. Das ist... Pure Chemie. Kennt ihr diese... Diese aufglasbaren... Luftkissen oder sowas? Diese... Ganz, ganz billigen. Ganz, ganz schlechten. Die haben doch so einen ganz fiesen... Komischen... Geruch. Und so riecht das hier. Soll man sich vielleicht nicht zu oft an die Nase halten. Dann ist hier noch was. Ich weiß gar nicht was das ist. Das ist irgendwas... Was kleines von... Der Luchess. Es ist... Wohl so eine Art Aufkleber. Aber das ist halt ein... Das ist halt so ein richtig... Ein richtig dicker Aufkleber. Das ist jetzt kein billiges... Papier-Dingsbums. Also... Was heißt billig? Das ist halt jetzt nicht... Das Material wie der hier. Sondern das ist eher was ganz... Dickes... Fast schon... Gummiartiges. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Noch eine... Von... G... 2... A... Das ist halt irgendwie so... So eine... 3 Euro Gutscheinkarte... Äh... Gutscheinkarte. Und... Ich glaube die Seite... Auf der Wasch nur eins... Da kann man dann auch so... Spiele kaufen. Oder so ein Kram. Ich glaube meine ich. Tausende von digitalen Produkten zu Hause. Ja... Spiele. So... Dann haben wir hier noch... Hier war noch... Noch ein Schlüsselanhänger. Oh... Ne... Das ist viel besser als ein Schlüsselanhänger. Wie gut, dass ich keine Schere habe. Weil diese Dinge hier auch fahren... Das ist immer voll der Kack. Ohne eine Schere. Nur ein Messer. Und jetzt seht ihr... Wenn ich mir live... Ne... Nicht ganz live... Wenn ich mir auf dem Video... Die Finger schneide. Ach... Mach das nicht zu Hause so nach. Hahaha... Ich bin Profi. Ich kann das. So... Also das ist nicht nur ein cooler... Ja... Sagen wir mal... Batarang Schlüsselanhänger. Sondern... Hier in der Mitte... Das ist ein Flaschenöffner. Wie cool ist das denn? Es ist ein... Und das ist relativ schwer. Ja... Also das ist... Richtiges Metall hier. Ja... Kann man jetzt toll hören. Eigentlich nicht. Das ist ein cooler... Batarang... Oder einfach nur Batman... Symbol... Schlüsselanhänger... Mit integriertem Flaschenöffner. Wie... Cool. Jetzt haben wir hier noch was. Das ist ein T-Shirt. Wow... Da steht wieder was drauf, was ich nicht kenne. Aber... Dafür haben wir unser kleines... Blue Chest Heftchen. Und da kannst du dann gleich wieder nachlesen, was das ist. Weil hier steht nämlich drauf... Da steht hier drauf... Spong... Song... Songbird... Songbird... Was ist Songbird? Ich kenne das nicht. Ich kann mir das jetzt zwar grob übersetzen, aber... Was ist das? Keine Ahnung. Ich kenne es nicht. Wir werden wir gleich nachlesen. Und hier... Wie immer... Wie in jeder Loot Chest... Ganz egal ob Loot Chest Plus oder nicht... Wieder irgendwas kleines... Zum Essen. Ist wohl ein Kaugen oder sowas. Das ist... White Mystery... Air Heats. Probieren. Oh, das riecht gut. Das riecht irgendwie so ein bisschen wie... Ich weiß nicht. So... Ganz ganz bisschen nach... Red Bull. Aber schmeckt wie auch. Das schmeckt richtig gut. Das schmeckt wesentlich besser. Aber stopp. Das ist doch gar kein Kaugummi. Ich weiß nicht. Das ist einfach nur so ein... Kaubonbon. Bonbon. Okay. Während ich hier weiterkaue, werde ich ganz zivilisiert... Beim Kauen... Ich sage... Was denn hier drin war. Das haben die geändert. Ist gar nicht mehr so aufgebaut wie sonst mal. Weil sonst war es immer mit einem anderen Hintergrund. Und dann war dann direkt bei dem Bildchen dann dabei die Beschreibung. Aber macht hier nichts. Fangen wir mal an. Das hier ist ein Sonic Backtag. Ist hier schon mal ein Koffer... Oh, das ist so ein Kofferbunch. So viel zum Thema Adresse. Das hier kostet 2,99. Das ist cool. Ich verreise nächstes... Nicht nächstes... Ja. Nächsten Monat. Für acht oder neun Tage. Ich habe es gerade vergessen. Nach Tokio. Soll ich den Tram machen. Dingsbums. Von ähm... Von Blizzard. Von dem Spiel Hearthstone. Das war letztes Jahr in der... Wie ist das immer? In dieser Blizzcon Back Dingsbums drinne. Egal. Ähm... Was hatten wir denn nächstes hier noch? Also das hier wie gesagt. Dieser Sonic Backtag. Der kostet... 2,99. Das... Das ist... Songbird Batman Mashup T-Shirt. Und... Ihr kennt hier eine... Eine Batman drinne. Mit viel Fantasie, ja? Keine Ahnung. Nach seinem Kampf gegen Superman macht sich Batman auf den allseits gefürchteten Songbird. Ah! Bioshock Infinity. Ein Spiel, das ich nie gespielt habe. Herauszufordern. Der Kampf Fledermaus gegen Stahlvogel. Wahrscheinlich nie im Kino. Okay. Das D-Shirt hier kostet... 14,95 Euro. Dann hatten wir hier noch diese... Super, super coole... Fleece Decke. Die kostet... Die kostet... Ähm... 12,99 Euro. Dein Bettkomfort. One up. Genau. Dann... Ganz schön teuer. Das Batman vs Superman Kartenspiel. Oh, das war glaube ich laut. Äh... Das kostet... 6,99 Euro. Alles auf mein... Auf das Bonbon-Ding hier drauf. Das kostet 6,99 Euro. Mh... Was hatten wir denn jetzt hier noch? Die... Äh... Air Heats. Also dieses Bonbon-Dingsbums hier. Da steht bei... Äh... Beim Markenpreis einfach nur... Tasty. Lecker. Und... Was hatten wir denn jetzt noch genau? Das... Der... Die... Oh... Wo war es hin? Das ist weg. Noch hier. Der Sticker. Die Stickers. Die sind ja mehrere. Die Ghostbuster-Sticker. Die kosten 3,99 Euro. Und... Was jetzt auch nur in der Luchess Plus drin ist. Was nicht in der normalen Luchess drin gewesen wäre. Ist der... Dieses Batman Multitool. Das wird hier als Multitool bezeichnet. Und das kostet ganze 10,95 Euro. So... Was ich eben gar nicht gesehen habe. Das Ding hier ist nicht einfach nur ein cooler Schlüsselanhänger und ein Flaschenöffner. Sondern wir haben hier auf den Flügelspitzen noch jeweils ein Schraubenzieher drauf. Und zwar ist nämlich hier ein kleiner Kreuzschraubenzieher und hier ist ein Schlüsselschraubenzieher. Also das hier ist wirklich ein riesen ganze Ding. Ein Multitool. Ja? Also... Nicht schlecht. Man kann es auch wahrscheinlich wirklich jemanden an den Kopf werfen und dann sehr außer Gefecht gesetzt. So... Schwer. Das kleine Ding hier ist. Ja. Gut. Ähm... Genau. Stoß an das Stativ, du Idiot. Äh... Das hier war... Das war es jetzt. Das war die ganze Loot-Test. Ich finde, da waren wieder richtig, richtig coole Dinger dabei. Allen voran diesmal der Batarang und meine zukünftige Auto-Fliesdecke. Ähm... Natürlich auch wieder andere Sachen, die ich jetzt nicht so dolle fand, wie das Kartenspiel. Aber... Nicht, weil das Kartenspiel jetzt irgendwie jetzt hässlich wäre oder so. Sondern halt einfach nur... Ich spiele keine Karten. Deswegen kann ich jetzt mit den Kartenspielern halt nicht so viel anfangen. Aber dafür andere Menschen bestimmt umso mehr. Oh, guck mal hier. Da ist sogar noch, äh... Die Wonder Woman. Tudu. Macht die Tudu. Ich weiß nicht was die macht. Keine Ahnung. Ähm... Ja. Äh... Falls ihr jetzt sagt, oh cool, da braucht auch das ganze Zeug. Das kriegt ihr nicht mehr. Das war nämlich nur in dieser Loot-Test. Aber es gibt ja jeden Monat eine neue Loot-Test. Und wenn ihr wissen wollt, wie teuer die ist und was ihr dann dafür machen müsst. Unten in der Infobox habe ich wie immer den Link zur Seite von der Loot-Test. Und da könnt ihr dann einfach mal gucken, ob ihr das dann machen wollt und was für ein Abo. Weil es geht nämlich nur in einem Abo. Wobei, wenn man das monatliche Abo halt abschließt, kann man es auch einfach jeden Monat kündigen. Also dann könnt ihr dann einfach die Nächsten mitmachen und dann sagen, hey, hat sich gelohnt. Weiter. Oder nee, hat sich nicht gelohnt. Den Scheiß brauche ich nicht mehr. Wobei ich nicht denke, dass irgendeiner, der sich auch so ein Video anguckt, so über eine Loot-Test denken wird. Ja. Das war's. Wie eben schon erwähnt. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, weil ich jetzt auch keinen Bock mehr habe weiterzureden, weil es schon so spät ist. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Gut. Vielen Dank.